E-Bike Test 2021 Tracking Offroad Wir schauen, wie sich das E-Bike Pedelec im Gelände schlägt. Sobald es etwas bergauf geht oder der Untergrund etwas lockerer wird, dreht der Vorderreifen immer wieder durch. So gesehen haben wir Allradantrieb, weil der Motor den vorderen Reifen antreibt und wir über die Pedale und die Kette den Hinterreifen. Sobald der Vorderreifen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020